Hier ist die Mannschaftsaufstellung des deutschen Meisters. Hier ist die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund. Im Tor Mitte Nummer 1. Robert. Neven. Sebastian. Robert. Mats. Jakub. Kevin. Rilkei. Tagawa. Lukas. Kiesel. Und Marcel. Kiesel. Jawohl. Ja. Polonia, Dortmund, Borussia, Polska. Immer voll da und dabei noch volksnah. Lewandowski, Pesek, Kumba. Das ganze Team war schlichtweg super. 81 Punkte, jetzt sind wir Rekordmeister. Die Bayern fünfmal weggehauen und somit beweisbar. Wir sind die Nummer 1 in Deutschland, muss man sagen. Wer sonst bleibt 26 Spiele ungeschlagen? Wir dürfen die neue goldene Generation miterleben. Könnte ruhig so weitergehen, hätte nichts dagegen. Wär auch nur fair nach so vielen Jahren leid. Ich frag mich, ob ihr nicht Dortmunder euch im Klaren seid. Dass wir das beste Stadion, die besten Fans haben. Und wir von der Rap-Berichterstattung nennen's meinem Namen. Bambule, Rheinsale, Dortmunder die Schale. Und dann gewinnen wir auch noch das DFB-Finale. Borussia Dortmund mit Schildschukagawa. Der ist da gefoult worden, aber Vorteil sagt der Schiedsrichter. Schöner Pass auf Kuba. Und der trifft zum 1 zu 0 in der fünften Spielminute. Nach diesem wunderbaren Zuspiel von Ilkay Gnouan. Das Stadion schützt den Spielen, wenn ihr noch was rechnen könnt. Jakob! Bambule, Randale, Dortmund hat die Schale. Das Double perfekt will marschieren ein mit Fanfare. Heilig die Farben, heilig Jürgen Klopp. Bambule, mein Gott, Dortmund hat den Pott. Ein Lob für diesen Sport, dass man uns weiter bestaunen kann. 5-2, ein Niveau wie Kaiserslautern. Weil wir's drauf haben, kann man klar sagen. Nur Philipp Lahm, der will es nicht wahrhaben. Aber der guckt ja auch kaum über die Grasnarbe. Groß im Raum, die rot-weiße Arschkarte. So erstaunt wohl Korn. Ihr holt doch keinen Titel im Finale dahoam. Joa, so sieht's aus, ich nenn sowas Unvermögen. Guckt euch doch ab, wie euch unsere Jungs vermöbeln. Das bleibt weiter meisterlich, jetzt auch im zweiten Jahr in Folge. Und nein, wir scheitern nicht an der höheren Erwartung. Der Pöbel kommt in Fahrtenrad nach Dortmunder Manier. Noch größeres in Planung, denn bösere Erfahrung als letztes Jahr Champions League. War das schrecklich, nächstes Mal exzessiv. Das beste Team, seid ihr weit und breit. Und wenn so die fetten Frieden, seid ihr zu keiner Zeit allein. 100.000 ein Verein. Euer Support, Schwarz-Gelb, ein Verleib für Dortmund und vor. Der Report, der Bericht, keine Pflicht, eine Ehre. Die Rap-Berichterstattung, bloß ein paar Kollegen mit dabei. Dort Marcuse, Kommissar Helleck, MC Earn, NDN, Kaspar, auf dich schneller. Ein paar Beats von Vintage, Nettradio Live. SBK in Bestform dabei. Yes, you're zu zweit, das Wiggity-W. Und ich bin T-Row, Peace, BVB. Kagawa und Tor, Tor für Dortmund. Direkte Minute, der Meister führt. Ab für euch, 11 Meter, 11 Meter für Dortmund berechtigt. Auch ohne Zeitlupe zu sehen. Tor, in der 41. Minute durch Max Hummels, 2 zu 1. Niedermann ist gefährlich. Kagawa, Lewandowski. Tor, Tor für Dortmund. 3 zu 1. Großkreuz, Tunnel, Schwalmsteiger. Und Lewandowski, Klocken trocken, Fennklasse. Jetzt macht der Linder. Lewandowski. Es ist nicht der beste Tag von Deutschlands Nummer 1. Sagen wir mal so, Manuel Neuer, 5 zu 2. Dreifache Torschütze, Robert Lewandowski. Dortmund führt den FC Bayern München vor. Und die Party in Schwarz-Gelb beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020